Was ist los auf dem Bauernhof? Herzlich willkommen auf unserem Bauernhof. Komm ruhig näher und schau dir alles genau an. Heute sind viele Tiere draußen. Das sind Zaubertiere. Sie können sprechen. Das sind Kühe, Kühe, Schweine, Schafe und viele Pferde. Jedes Tier kann etwas. Hi, ich bin ein Pferd. Ich heiße Amy. Ich kann wehren und kalopieren. Ich bin ein Schwein. Ich heiße Peppa. Ich kann Krücken und Ronsen. Ich bin eine Ziege. Ich kann Milch geben und melken. Mäh, Mäh, Mäh. Mäh, Mäh. Mäh, Mäh. Mäh, Mäh. Ich bin ein Schaf. Ich kann lösen. Mäh, Mäh, Mäh. Mäh, Mäh. Mäh, Mäh, Mäh. 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 Mh, und nicht nur Butter, sondern auch Lobut, Quark, Käse und Sahne. Mh, aus der Bühne, der Lobut, Quark, Käse und Sahne hergestellt. Und von Sahne. Und was machst du am liebsten? Und was machst du am liebsten? Danke.